Wie ist die Geschäftspartner? Es entsteht eine komplett neue Plattform für einen Security Coin. Jeder Coin ist 0,1 Gramm wert und mit allen regulatorischen Lizenzen und Genehmigungen ausgestattet. Ab 1. Juli beginnt der Registrierungsprozess und am Ende Juli können Sie die Coins kaufen. Wir haben einen Primarket und einen Second Market. Zuerst können Sie im Primarket kaufen. Für jeden gekauften Coin erhalten Sie 0,02% Fee. Das heißt, Sie kaufen zuerst den Coin. Nachdem Sie den Coin verkauft haben, erhalten Sie für diese Coins lebenslang diese Transaktionsgebühr. Ein Beispiel. Sie kaufen 1.000 Coins und verkaufen diese wieder am Markt. Wenn sich die Coins 100 Mal im Monat transferieren, erhalten Sie für jede Transaktion, Verkauf und Kauf 0,02%. Bei 5.000 Euro und 0,02% Fee ergibt dies 1 Euro pro Transaktion. Bei 100 Transaktionen ergibt dies 100 Euro. Für Karatbus Affiliates heißt das, Sie kaufen Cashgold in Ihrem Backoffice und können es auf der Partnerplattform selbstständig umtauschen. Die Plattform ist ein Smart-Kontrakt. Smart-Kontrakt sind automatisierte Verträge auf Softwarebasis. Von 30. Juli bis 15. Oktober ist der freie Umtausch des Goldes für unsere Affiliates im Pre-Market auf der Plattform möglich. Ab dem 15. Oktober wird der Handel am freien Markt eröffnet und ermöglicht Top-10-Kryptowährungen gegen den Goldcoin zu handeln. Das Gold ist hinterlegt bei der Bank und oder einem Security-Haus, wie zum Beispiel bei Brinks. Ein Audit über die Goldbestände wird monatlich von der führenden Wirtschaftsprüfer auf der Webseite veröffentlicht. KBC Für den KBC werden wir ein komplexes und massives Programm zur Steigerung des Wertes durchführen. Alle Affiliates und Investoren erhalten eine großartige Gelegenheit. Ab dem 1. Juli können Sie auf Caratbit den KBC hinterlegen, wofür Sie in der neu implementierten Blockchain einen Bonus erhalten. Wenn Sie zum Beispiel in den ersten vier Wochen unseres Bonusprogramms KBCs im Wert von 5000 Euro einzahlen, erhalten Sie am 15. Oktober Coins im Wert von 6.250 Euro auf unserem neuen Mainnet. Das Programm wird 14 Wochen laufen und Sie erhalten 25% Bonus vom 1. bis zum 31. Juli, 15% vom 1. bis zum 31. August, 10% vom 1. bis zum 30. September und 7,5% vom 1. bis 15. Oktober. Der neue Mainnet-Coin startet am 15. Oktober. Es folgt die Akkreditierung für Ihren Bonus. Hier wird Ihr Bonus gut geschrieben. In unserem Programm zur Reduzierung des Supplies ist die Implementierung unserer neuen Blockchain enthalten. Dies basiert auf einer sicheren, dezentralisierten Blockchain-Technologie auf der Grundlage des sogenannten Proof-of-Stake. Für diesen werden Sie Vergütungen für Masternodes und Stacks erhalten. Die Implementierung der Blockchain wird auf mehreren Handelsplattformen stattfinden. Die Listung an den Börsen wird sehr sorgfältig erfolgen und zuerst bei unseren Partner-Exchanges stattfinden. Registrierte Masternodes und Stuckings-Auszahlungen werden auf dem neuen Mainnet in Betrieb genommen. Goldwall. Für die sich im Goldwall befindenden KBCs haben Sie jetzt die Möglichkeit, ab dem 1. Juli an dem angekündigten Bonusprogramm teilzunehmen. Sie erhalten 25% im Juli. Auch wenn Sie die KBCs nicht ein Jahr im Goldwall aufbewahrt haben, erhalten Sie nach einem Jahr das vereinbarte Gold. Bonus-Universe. Alle Bonus-Universe werden in den Pre-Market-Security-Coin umgetauscht. Jeder erhält für den Security-Coin 0,02% Transaktionsgebühr lebenslang. 7 Bonus-Universe ist 1 Security-Coin. Ab 1. November öffnen wir die Türen unserer Kryptobank in Miami, USA. Mit einzigartigen Technologien, Sie erhalten eine Kryptokarte, stellen Sie sich diese Kryptokarte in Größe einer Kreditkarte vor. Im Inneren befindet sich fortschriftliche Nanotechnologie zur Verschlüsselung und außerdem wird diese Karte ein E-Paper-Display haben. Sie können die Kryptokarte für verschiedene Aktionen verwenden. Erstens zur sicheren Aufbewahrung Ihrer digitalen Vermögenswerte wie Bitcoin, Ethereum und so weiter. Zweitens, Sie können Ihr physisches Gold einlösen, indem Sie es in unserem Ökosystem, unseren Goldmerchant, verwenden. Drittens, Sie können einen goldbasierten Sparplan für Ihre Zukunft aufstellen. Die Kryptobank wird vollkommen neue Funktionen und Möglichkeiten für Sie und für unsere Gemeinschaft eröffnen. Der Austausch von Krypto, die physische Sicherheit einer kryptofreundlichen Karte, sodass Sie Ihre Kryptoguthaben ausgeben können, wann immer Sie wollen. Und vieles mehr. Wir erwarten eine große Anzahl neuer Kunden, da die Bank auch als erfahrener Berater für Investoren in Blockchain und Kryptotechnologie fungieren wird. Natürlich werden wir Sie auf dem Laufenden halten, was in nächster Zeit passieren wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bis bald, Ihr Harald Seitz. Und bis bald, wenn möglich, die es auf den Laufenden hinz reasonanden weiter. Wir sind . Vielen Dank.